Intro Hallo Leute, Willkommen zu allen neuen Feuchern League of Legends hier auf meinem Kanal Wir spielen Echo mit Lane mit nem fetten Weihnachtsmann im Chugging NEEEEEEEEEE Ja! Sing bitte nicht mit. Genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Easy. Easy. Erstmal C.O.I. Nein! Ähm, Fragezeichen. Ich wollte den Turret nur holen. Oh, ich gebe mir für erst mal Turret. Kommt an ihm vorbei. Nein! Hahahaha! 10 K.O.I. Ja! Oh Mann, ey! Ey! Cool, der hat wirklich zwei Mythos-Dex. Äh, 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 hat das kein Ultimate? Ne, ne? Doch. Easy. Haha! Oh mein Gott, Alter. Wie hast du überlegt? Ja, Lulu-Ult. Ähm, ja. Dann noch meine Ult, dann noch das Shell von meiner W. Bisschen glücklich. Ja, darf ich sehen. Bisschen glücklich. Es reingehen. Okay. Ja, fünf Sekunden. 4, 4, 4. Und noch geslowt. Schön. Good, sir. Böllerung, Drake! Oh Gott. Die können nur abstauben. Die haben bestimmt drei Menge Kild, die Abstauben. Schön, Ult, mir die. Jetzt würde ich rausflashen. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Das soll echt aus Ich bleib jetzt hier, ey. Boah, Alter. Okay, das war jetzt extra. Lass auf, äh, Dings gegen, lass, ne, nicht auf Thrash. What the fuck, was hat der Ultimate? Kommt an, zack, ein Auto-Deck. PAH! Verdient. Ohohoho. Danke. Ja, das war's aber wohl, von dem Game hat Spaß gemacht. War lustig. Oh, der letzte, würd ich sagen. Was? War besser als das letzte. Ja, ich fand's lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lass einen Like da. Lass einen Like da. Ja, und dann. Ja, Leute, also, ich hab so viel, ähm, Negatives Feed bekommen, aber wenn ihr es genauso sieht, dann lass einfach mal einen Daumen nach oben da. Genau. Das ist einfach zu geil. Alter, der Typ ist einfach so ein richtiger Dulli. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Dann lass einfach einen Like da, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau das soll ich jetzt sagen. Ciao. Okay, für den nächsten Mal.